Der SAP Cloud Connector ist SAPs Lösung zur Vernetzung von On-Premise-Systemen mit den SAP Cloud Lösungen, die so in der Cloud rumwurschteln. Und wenn du heute genauer lernen willst, was der SAP Cloud Connector eigentlich macht, wie er funktioniert, dann ist dieses Video hier genau richtig für dich. Aber gehen wir vorher nochmal einen Schritt zurück und schauen uns die Architektur des SAP Cloud Connectors an. Der SAP Cloud Connector befindet sich in dieser offiziellen Abbildung aus einem SAP Blogbeitrag hier und hier. Das bedeutet, sowohl Private Cloud Environments als auch komplette On-Premise Environments können sich mithilfe des SAP Cloud Connectors mit den SAP Cloud Services vernetzen. Grundsätzlich könnt ihr hier sehen, dass sowohl Services aus der SAP Business Technology Plattform als auch Services aus der SAP Analytics Cloud den SAP Cloud Connector verwenden, um mit den Backend Systemen des SAP Kunden zu kommunizieren. Die Backend Systeme können beispielsweise ein SAP S4HANA System, ein SAP ERP System, also die Vorgängerversion von S4HANA sein, aber auch BW4HANA und S4HANA Master Data Governance beispielsweise, aber eben auch zahlreiche andere SAP Systeme, wie beispielsweise auch SAP Process Orchestration. Zwischen den SAP Backend Systemen und dem Cloud Connector können auch noch andere Komponenten stehen, wie beispielsweise der SAP Web Dispatcher für HTTP Verbindungen oder auch andere sogenannte Web Reverse Proxies. Grundsätzlich funktioniert das Ganze so, dass zwischen dem SAP Cloud Service, also um genauer zu sein, zwischen dem Customer Sub Account, also dem Sub Account unter welchem euer SAP Cloud Service läuft und dem SAP Cloud Connector eine sichere Verbindung aufgebaut wird. Hierbei handelt es sich also um einen verschlüsselten Verbindungstunnel. Was meine ich jetzt mit Verbindungstunnel? Der SAP Cloud Connector agiert als sogenannter Reverse Invoke Proxy. Nun müssen wir erstmal verstehen, was ein Proxy ist. Ein Proxy ist ein Stellvertreter. Er agiert also stellvertretend für jemanden. Die meisten von euch kennen einen sogenannten Forward Proxy. Wenn ihr beispielsweise bei euch im Unternehmen bzw. in der Firma ins Internet möchtet, ist bei euch im Browser ein Proxy konfiguriert, um genauer zu sein, ein Forward Proxy. Ihr habt also im Unternehmensnetzwerk auf eurem Rechner einen Browser und in diesem Browser ist der Proxy gepflegt. Wenn ihr beispielsweise in eurem Browser auf google.com gehen möchtet, dann sendet euer Browser die Anfrage an den Forward Proxy eures Unternehmens. Dieser Forward Proxy nimmt eure Anfrage und leitet sie, stellvertretend für euch, an google.com weiter. Google erhält die Anfrage und antwortet darauf. Der Forward Proxy nimmt die Antwort vom Google Web Server stellvertretend für euch entgegen und leitet sie dann an euch weiter. Daraufhin erhält euer Browser die Antwort und kann die Seite entsprechend für euch darstellen. Schauen wir uns nun in einem anderen Beispiel an, was ein Reverse Proxy ist. Der Reverse Proxy agiert nicht stellvertretend für den Client, also nicht stellvertretend für euch, sondern er agiert stellvertretend für den Server. In diesem Beispiel wollt ihr von eurem Browser aus, aus eurem Unternehmensnetzwerk auf Amazon.de zugreifen. Amazon hat vor ihrem Web Server einen Reverse Proxy geschaltet. Ihr sendet eure Anfrage an die öffentliche IP Adresse von Amazon.de und diese zeigt nicht direkt auf den Web Server, sondern auf einen Reverse Proxy. Der Reverse Proxy nimmt eure Anfrage entgegen und leitet diese an den eigentlichen Web Server weiter. Der Web Server antwortet dann zunächst dem Reverse Proxy. Der Reverse Proxy antwortet jetzt euch stellvertretend für den Web Server von Amazon.de. Jetzt haben wir das Puzzle beinahe zusammen. Jetzt kommt das Wort Invoke dazu. Das Wort Invoke bezieht sich dabei darauf, wer die Verbindung initiiert, also wer die Verbindung aufbaut. Bei Reverse Invoke wird die Verbindung nicht vom Client initiiert, sondern von der Serverseite. Ich habe jetzt im Kontext der SAP Cloud Services die Rollen ausgefüllt. Die Client Seite nimmt der SAP Cloud Service ein. Beispielsweise die Business Technology Plattform oder die Analytics Cloud. Dieser SAP Cloud Service möchte mit eurem Backend System kommunizieren, beispielsweise mit einem SAP S4HANA System. Das bedeutet, euer SAP Backend System nimmt hierbei die Serverseite ein. Was passiert nun? Beim klassischen Forward Invoke Verfahren würde die Verbindung vom Client aufgebaut werden. Das bedeutet, jedes Mal, wenn der SAP Cloud Service mit eurem Backend System kommunizieren möchte, beispielsweise wenn sich die Analytics Cloud die aktuellen Daten von eurem BW4HANA System holen möchte, dann würde der SAP Cloud Service die Verbindung initial aufbauen. Bei Reverse Proxy ist dies umgekehrt. Die Verbindung wird von der Serverseite aufgebaut. Genauer gesagt wird sie vom SAP Cloud Connector aufgebaut. Als Administrator des SAP Cloud Connectors würdet ihr euch zum Aufbau der Verbindung in den SAP Cloud Connector einloggen und dann eine Verbindung zum SAP Cloud Service konfigurieren. Hierbei müsst ihr dann die Login-Daten für den sogenannten SAP Account eingeben. Der SAP Account eures Unternehmens, unter dem dieser Cloud Service für euch zur Verfügung gestellt wird. Nachdem ihr euch erfolgreich authentifiziert habt, baut der SAP Cloud Connector die Verbindung auf. Nachdem der SAP Cloud Connector diese Verbindung initial aufgebaut hat, besteht zwischen eurem SAP Cloud Connector und dem SAP Cloud Service ein permanenter, sicherer Verbindungstunnel, der hier jetzt in orangener Farbe dargestellt wird. Nachdem dieser Tunnel initial aufgebaut ist, kann, solange der Tunnel besteht und aufgebaut bleibt, sowohl der SAP Cloud Service jederzeit eine Anfrage an den Cloud Connector senden, als auch der Cloud Connector jederzeit eine Anfrage an den Cloud Service senden. Der Cloud Service würde eine Anfrage an den Cloud Connector senden, wenn beispielsweise der Cloud Service initial etwas vom Backend-System möchte. Typisches Beispiel, die Daten in der SAP Analytics Cloud sollen refresh bzw. erneuert werden durch die aktuellen Daten auf eurem Business Warehouse 4HANA System. Die umgekehrte Reihenfolge wäre, wenn das Backend-System etwas vom Cloud Service möchte. Beispiel ein SAP S4HANA System möchte Dokumente über den Adobe Forms Service in der SAP Cloud drucken bzw. in PDFs umwandeln. Hierbei würde das S4HANA System ihre Anfrage zunächst an den Cloud Connector senden und der Cloud Connector leitet die Anfrage dann an den Adobe Forms Service weiter. Die Hauptauswirkung dieser Architektur ist die Auswirkung auf die Firewall-Konfiguration. Klassischerweise, wenn der initiale Tunnel von Client-Seite aufgebaut werden würde, müsste die SAP ihre Firewall so konfigurieren, dass alle Verbindungen, ausgehenden Verbindungen auf die verschiedenen öffentlichen IP-Adressen und Ports eurer SAP Cloud Connectors erlaubt sind. Wenn die Verbindung allerdings von eurem Cloud Connector aufgebaut ist, dann muss die SAP einfach nur eingehende Verbindungen akzeptieren aus dem öffentlichen Internet und ihr auf Unternehmensseite müsst einfach konfigurieren, dass ihr ausgehende Verbindungen von eurem Cloud Connector an die SAP Service Cloud erlauben möchtet. Diese Architektur erlaubt also der SAP, dass sie auf der einen Seite auf Client-Seite ständig Anfragen an eure Backend-Systeme schicken können, dabei aber nicht feingranular für jeden einzelnen SAP-Kunden getrennt Firewall-Einträge für die einzelnen Cloud Connectors pflegen muss. Das soll es für heute gewesen sein. In diesem Video haben wir die Architektur und die Funktionsweise des Cloud Connectors kurz zusammengefasst. In späteren Videos wird es darum gehen, wie ihr den SAP Cloud Connector installiert, startet und stoppt. Und wenn ihr diese Videos nicht verpassen wollt und noch nicht abonniert seid, dann gebt diesem Kanal doch ein Abonnement. Wenn euch das Video gefallen hat und hilfreich war, überlegt, ob ihr einen Daumen nach oben gebt. Bis dahin sehe ich euch dann hoffentlich beim nächsten Video in dieser Serie. Ich wünsche euch bis dahin viel Erfolg in eurer SAP Lern-Journey und sehe euch hoffentlich beim nächsten Mal. Bis dahin macht's gut und ciao, ciao.